Wenn er jetzt sagt, ja, aber die Konkurrenz ist 10% günstiger, die hat die Preise nicht so angehoben wie sie, würde ich auch sagen, ja, aber die Materialpreise haben sich so geändert. Das heißt, die Konkurrenz kalkuliert gerade mit weniger Marge. Das ist für sie jetzt im ersten Schritt mal ein bisschen günstiger. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn die das jetzt wirklich ein paar Monate durchziehen, und so sieht es ja aktuell scheinbar aus, dass die faktisch einfach pleite gehen, ist relativ groß. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal bei der A&M. Heute geht es wieder um ein sehr, sehr spannendes Thema, was dich mit Sicherheit auch schon bewegt hat, nämlich das Thema, wann Preise erhöhen und warum und wie und darüber wollen wir jetzt in diesem Video mal sprechen. Mit dabei ist natürlich wieder der Alex. Hallo. Und ja, Alex, vielleicht kannst du mal ausführen, was überhaupt der Grund ist, die Preise zu erhöhen zu müssen oder wie das Thema überhaupt aufkommt. Ja, es kann mehrere Gründe geben. Also im Normalfall erhöht man die Preise immer dann, wenn sich irgendwas in den Kosten erhöht. Das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, das Material wird teurer. Das haben wir jetzt die letzten Monate sehr, sehr oft erlebt, sehr, sehr rasant erlebt. Es kann sein, dass das Personal teurer wird. Im Endeffekt geht das alles mit Inflation irgendwie einher. Ja. Das heißt, die Preise werden erhöht, wenn die Inflation eben sich anpasst. Es kann aber auch sein, dass man sagt, okay, warte mal, ich bin eh sehr gut ausgelastet, Angebot und Nachfrage. Ich habe eh viel mehr Arbeit, als ich bewältigen kann. Dann kann ich auch meine Preise erhöhen. Dann hole ich mir mehr Marge ins Haus, in Anführungsstrichen mehr Marge. Ich habe mehr Sicherheit, habe mehr vielleicht Gehalt für meine Leute, habe andere Möglichkeiten, auch in Werbung zu investieren. Also warum man die Preise erhöht, kann sehr vielfältig sein. Es gibt Dinge oder Situationen, in denen man die Preise erhöhen muss, wenn man sonst auf Marge verzichtet. Das ist immer, wenn sich Kosten irgendwo erhöhen, muss man die Preise entsprechend anpassen. Sonsten verzichtest du auf Marge, verzichtest du auf Sicherheit und das ist nicht gut. Das bringt dem Kunden nicht, das bringt dir nichts langfristig. Also das ist Punkt 1. Also Preise sind einfach notwendig. Punkt 2. Wann kann man Preise erhöhen, wenn man feststellt, okay, ich bin eh ausgelastet. Das heißt, ich kann gar nicht mehr Arbeit bewältigen. Dann sorge ich aber dafür, dass ein paar Leute weniger bei mir kaufen und die Aufträge, die ich mache, dafür lukrativer sind. Weil irgendwas dann meistens bei den Mitarbeitern liegt tatsächlich oder beim Material und du kannst bei beiden ein Stück weit es vereinfachen, wenn du mehr Geld zur Verfügung hast. Du hast eben gesagt, die Preise zu erhöhen oder auf Marge und auf Sicherheit zu verzichten, das bringt dir nichts und das bringt dem Kunden nichts. Jetzt kann ich ja auch sagen, naja, wenn ich Kunde bin, was habe ich denn davon, wenn der Preis steigt? Ja, also der Kunde hat natürlich davon, dass der Preis steigt erstmal nichts, aber er hat was davon, dass du länger am Markt bist. Wenn du jetzt zum Beispiel es so machst, wie es einige doch in den letzten Monaten versucht haben, die gesagt haben, ja, Preise gehen hoch, aber das kann ich einem Kunden so nicht erklären, vertriebliches Problem. Ich muss einfach auf meine Marge ein Stück weit verzichten und halt hoffen, dass es alles gut geht und dass die Sicherheitsspielräume nicht gebraucht werden, die ich normalerweise brauche. Ich habe auch gesagt, du Digga, das kannst du halt machen, ganz ehrlich, das kannst du machen. Dann mach das gerne, aber du wirst halt in vier, fünf Monaten irgendwann mal das Problem haben, dass die Marge, die du eigentlich brauchst, um einen gewissen Puffer aufzubauen, nicht da ist, dann vielleicht irgendwas passiert, du pleite gehst. Und dann stehen die Kunden nämlich auch da und gerade bei den aktuellen Lieferzeiten von einem halben Jahr, wenn der Kunde jetzt bei dir bestellt, eine Anzahlung leistet, vielleicht zahlt er 10% weniger als bei den Konkurrenten, ja, mag sein. Aber wenn es sich im halben Jahr nicht mehr gibt, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder den Konkurrenten nicht mehr gibt, das ist ja egal, du kannst ja auch die Argumentation genau natürlich so gegen Konkurrenten verwenden. Wenn die sagen, ja, aber der Konkurrent ist 10% günstig, kannst du auch sagen, das ist nicht möglich. Wenn der seine Preise nicht erhöht hat, dann können sie sich darauf verlassen, dann kalkuliert er gerade falsch im Hintergrund. Und dann ist er einer von denen, die halt pleite gehen werden in den nächsten Monaten, dann ist ihre Anzahlung auch futsch. Dann haben sie 50% verloren, dann haben sie sich 10% gespart. Und das Risiko muss ihm einfach bewusst sein. Plus, selbst wenn es alles klappt, wenn alles über die Bühne geht, wenn der alles eingebaut hat, jetzt geht es trotzdem danach pleite. Dann, wer repariert es dann, wenn mal was kaputt geht? Wer kümmert sich um die Garantie? Das ist alles futsch dann einfach. Da hat man auch keine Ansprüche mehr. So würde ich es immer argumentieren, auch wenn jemand sagt, jo, also das ist immer wie, ne? Wenn er jetzt sagt, ja, aber die Konkurrenz ist jetzt 10% günstiger, die hat die Preise nicht so angehoben wie sie, würde ich auch sagen, ja, aber die Materialpreise haben sich so geändert. Das heißt, die Konkurrenz kalkuliert gerade mit weniger Marge. Das ist für sie jetzt im ersten Schritt mal ein bisschen günstiger. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn die das jetzt wirklich ein paar Monate durchziehen, und so sieht es ja aktuell scheinbar aus, dass die faktisch einfach pleite gehen, ist relativ groß. Was bedeuten würde, dass sie keine Garantieansprüche mehr haben, weil das Unternehmen einfach weg ist. Also ich bin jetzt rechtlich nicht so tief drin, aber ich gehe zumindest davon aus, wenn das Unternehmen platt ist, wer übernimmt die Garantie? Gibt es wahrscheinlich keinen. Dass alles, was sie in Anzahlungen geleistet haben, wenn es noch nicht gebaut wurde, weg ist, dass sie da auch kein Geld mehr wiedersehen von. Und wenn sie sagen, okay, diese 10% sind ja das Risiko von einem 50%igen Komplettausfall einfach wert, gut, dann müssen sie es bei denen machen. Aber langfristig gedacht ist es einfach nicht. Und wenn sie dann mal in ein, zwei Jahren irgendwas haben und sie gibt es nicht mehr, dann haben sie 10% gespart, aber den riesen Stress, jetzt da jemanden zu finden, der das dann macht für sie. Und die Leute sind alle ausgelastet, die kümmern sich um ihre Bestandskunden, die gehen jetzt nicht zu Leuten, die woanders gekauft haben und machen da die Reparaturen. Also der Schlüssel ist da, das haben wir ja auch schon mehrfach thematisiert, einfach auch transparent zu sein und zu erklären, was sind die Konsequenzen davon, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Also wenn sich der Kunde überhaupt beschwert, denen ist das ja eh bewusst, dass die Preise steigen. Exakt und wie gesagt, wenn es nicht bewusst ist, wer immer noch die letzten Euro sparen möchte, gut, der ist dann halt weg. Was übrigens auch ein Grund sein kann, Preise zu erhöhen, ist mir gerade so eingefallen, ist logisch, wenn ich sage, ich möchte meine Marke ändern. Wenn ich sage, okay, ich bin jetzt gerade im Billig-Segment, sagen wir, ich verkaufe Küchen für 8.000 Euro, gut, Billig-Segment ist das jetzt nicht, aber mittleres Segment, irgendwo geht da los bei 8.000 Euro. Gut, wahrscheinlich bald, bald würden wir da auch bei 10.000 losgehen bei der Inflation. Aber aktuell sind es so bei 8.000 Euro, wo das mittlere Segment irgendwo losgeht. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte halt nur noch, dass das hohe mittlere Segment bedient, ich gehe jetzt auf 15.000 Euro als Einstieg, kann man das auch machen. Dann würde man auch Preise anpassen, erhöhen, würde natürlich aber auch irgendwo einfach von Material an das arbeiten müssen, dann logischerweise. Also man kann nicht einfach nur willkürliche Preise anheben, ohne jetzt auch mehr zu bieten dem Kunden, das ist auch logisch. Außer man ist halt komplett ausgelastet, dann kann man das durchaus machen, weil einfach Angebot und Nachfrage das bestimmt. Genau, also ich denke, du hast jetzt schon mal einige Sachen mitbekommen, so wie setzt du es durch? Natürlich, was man gerade gesagt hat schon, ganz ehrlich sein, wirklich sagen, okay, wir haben halt die Preise angehoben, weil wir zum Beispiel sehen, wir haben gerade den Engpass bei den Mitarbeitern. Das heißt, wir wollen mehr Geld in unsere Mitarbeiter investieren, die Leute, die den Job am Ende machen. Wir können mehr Kunden helfen, wenn wir mehr Mitarbeiter haben. Deswegen haben wir jetzt bewusst die Preise etwas angehoben, um eben mehr für unsere Mitarbeiter tun zu können und damit auch ihnen schnellere Lieferzeit am Ende bringen zu können. Oder 20 Preise erhöht wegen Material oder warum auch immer. Es ist ja nicht so, dass du einfach nur dir jetzt einfach mal sagst, die Taschen richtig voll machen, einfach mal eine Marge verdoppeln, so. Es ist ja nicht dafür da, es hat ja immer irgendwelche Sicherheitsaspekte. Du kannst immer auch sagen, ja, ich habe deswegen ihnen die Marge erhöht, weil ich möchte, dass ich einen gewissen Sicherheitsprober im Hintergrund aufbaue, damit Leute wie sie, die bei uns vertrauen, die bei uns eine Küche kaufen, nicht irgendwie in zwei, drei Jahren feststellen, hey, es gibt uns gar nicht mehr. Das möchte ich eben vermeiden und die Zeit wird sehr unstetig, die wird sehr ungewiss, die nächsten Jahre. Und wir wollen uns einfach darum kümmern, dass unsere Kunden auch die nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Jahre einen soliden Ansprechpartner mit uns haben. Deswegen müssen wir jetzt die Preise etwas erhöhen. Das ist alles einfach erklärbar. Und wer da nicht dafür ist, wer da sagt, oh nee, sehe ich ganz anders, bin ich komplett dagegen, der ist einfach auch nicht dein Kunde. Da wirst du auch keinen Spaß mit dem haben, mal ganz realistisch. Also der wird auch in der Zusammenarbeit nicht gut sein. Ja. Ja, dann sind wir soweit, würde ich sagen, schon durch. Es waren einige Dinge dabei. Also nochmal, warum Preise erhöhen? Auf jeden Fall erhöhen, wenn sich Kosten erhöhen, ganz wichtig. Und auf jeden Fall auch erhöhen, wenn du komplett ausgelastet bist, einfach damit du mehr Puffer fertig hast. Wie du es machst, einfach transparent kommunizieren. Das ist eigentlich alles, was du beachten musst. Und wenn du da vertrieblich irgendwelche Probleme hast, wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich auch gerne mal zu einer Potenzialanalyse bei uns an. Dann können wir dir auch vielleicht mal helfen und erklären, wie wir das machen. Weil wie gesagt, wir haben alles mögliche schon erlebt, auch alle möglichen Gründe für Preiserhöhungen in allen möglichen Gewerken. Und wir wissen da auch, wie damit zu arbeiten ist. Ja, wenn du nicht in der Lage bist oder wenn es für dich schwierig ist, Interessenten oder Kontakte zu bekommen, die eben in der Lage sind, sich deine Produkte zu leisten. Also du sozusagen die lukrativen Aufträge dafür keine Anfragen kriegst, dann melde dich gerne auch mal bei uns. Ja, weil wir sind Spezialisten da drin, eben auch Kundenanfragen zu generieren, die sich eben auch extrem lohnen. Also lukrative Aufträge noch da zu schreiben, wenn du sagst, ich habe nur so günstige Aufträge sozusagen. Und keiner möchte irgendwie hochpreisige Sachen buchen bei mir, dann melde dich auch gerne zu einer kostenlosen Potenzialanalyse. Auch da können wir schauen, welches Potenzial es dort in deiner Region gibt und das Ganze einmal zusammen anschauen und betrachten. Und dann vielleicht können wir dich dabei auch unterstützen, wenn das passt. Also melde dich da gerne unter dem Video, findest du den Link zu unserer Internetseite www.am-beratung.de. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumen oben da und schreib auch gerne mal in die Kommentare, wenn du Fragen dazu hast. Wir schauen da auch immer persönlich rein und können dir da auch gerne antworten, um nicht noch weitere solche coolen Videos zu verpassen. Oder, nee, das war halt ein Wort. Wenn du keine Videos verpassen möchtest. Wenn du keine Videos verpassen möchtest, vielen Dank. Dann klick auch gerne auf die Glocke oder abonnier den Kanal, dann verpasst du keine Videos mehr. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles von meiner Checkliste abgearbeitet, was ich am Ende des Videos immer noch sagen möchte. Und in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.